Also ich verstehe das nicht, du kannst ja nicht, also dann musst du das Glas in der Hand halten. Ja, auch da müssen wir dann die Polizei anrufen, wenn du Probleme mit hast. Ja, aber guck mal, jetzt alleine einschenken. Der Spiegel, die Gläser. Stell dir mal vor, das wäre eine Flasche Champagner und ich muss die aufmachen.